Zwei Schweiß, haben wir aber auch Bollschläge. Und die Molle. Was ist mit euren Bollschlägen? Die Schleppi. Die Hämmerich auch. Ja, beide. Der Ketteos ist schon eingeführt. 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 Wie mit dem Max Spiec... Ja. Im Schluck, wird mit dem Hänkur... Schleppi . Jetzt können wir mit den Ketteos... Ja, weiß nicht. Auch reist die Schulung. Also er macht den... Was jetzt mal unter? Dann, das war bei uns in der Hand auch. Und im nächsten Jahr war der in Griechenland. Da war dieser Johannes. Und drei runter. Und jetzt hat er mal... Ne, die Kleine haben auch einen eingespielt. Ne, dann haben wir auch einen eingespielt. Ne, dann haben wir auch einen eingespielt. Generalkrepen. Nürnberg. 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 Ich bin mir immer schön zu fragen, ob ich die Schweizer zusammenbringe. Wenn der Timo jetzt nicht da wäre, wären die schon längst in den letzten zwei. Man muss ihn an den durch. Die Schweizer spielen nicht so im Fall, wie er noch macht. Hat gesagt, wortwörtlich, die zwei Steifen nicht mal mitmachen. Die Bonsler spielen wahrscheinlich auch nicht. Wie gesagt, das sieht gut aus. Das ist eine gesellschaftliche, äh, gute Artikel. Also, man muss ja einfach mal auf der Straße sein. Und jetzt machen wir das. Doch, stimmt. Fakt mal, ob der Felix Beuligs noch gespielt wird. Der spielt gerade für Sie. Ja. 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 Musik Offentุreathasom ... Vielen Dank. Vielen Dank.